Kommt Ihnen das bekannt vor? Sie klangen aber jetzt nicht ernst auf, dass ich den Barschel umbracht habe. Nein, also ich glaube, der Eberhofer ist zu Recht beschuldigt. Man darf ihm auch nicht blöd kommen. Ihn wird die gerechte Strafe ereilen, da bin ich felsenfest von überzeugt. Franz Eberhofer, Sie sind vorläufig festgenommen. Ich hätte schon auch ein Verständnis, weil der Barschel ist wirklich ein Sau und hat ihm so das Leben schwer gemacht. Der alte Kollegenmöchler. Da ist schon auch ein Devil inside. Dein Vorgesetzter kommt dir blöd und du einfach... Echt super!